Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Andersen in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Andersen von Faithful World Baptist Church in Tempe, Arizona in den freiensten Staaten. Und ich bin Anselm und heute lesen wir gemeinsam den ersten Thessalonicher Brief. Fangen wir an. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sein mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und was interessant ist in diesem Vers, ist, dass er sagt zweimal Vater und zweimal Jesus Christus Christus. Und es ist wichtig, dass wir merken, dass der Vater und der Sohn sind nicht dieselbe Person. Richtig. Es gibt die Dreieinigkeit. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber sie sind nicht dieselbe Person. Ja genau. Sie sind alle drei Gott, aber es ist eben, wir glauben zwar an einen Gott, aber in drei Personen. Und das ist nicht, was die Moslems glauben zum Beispiel. Sie glauben, dass es nur einen Gott gibt und Gott hat keinen Sohn. Aber die Bibel sagt das Gegenteil. Die Bibel sagt, dass Gott einen Sohn hat und dass es den Heiligen Geist gibt. Dass es drei Personen gibt. Ja, die Juden und die Muslime und die Hindus auch sprechen sehr viel von der Einigkeit von Gott, aber wir glauben an der Dreieinigkeit. Richtig. Und zum Beispiel in Johannes Evangelium, die Bibel sagt im Vers 1 von Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das spricht natürlich von Jesus, dass er war Gott und er war auch bei Gott. Wie kann das sein? Weil Gott existiert ewig als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in diesem Kapitel von dem ersten Thessalonicher Brief, in Vers 1, er spricht vom Vater und dem Herrn Jesus Christus und in Vers 5, er spricht vom Heiligen Geist. Ja, wir haben also in dem Kapitel alle drei Personen genannt. Und auch unter sogenannten Christen gibt es diese Irrlehre der Oneness oder Modalismus, die dann sagen, es ist nur eine Person, der Vater ist Jesus und Jesus ist der Vater oder wie auch immer. Aber das macht keinen Sinn. Ja, sie glauben, dass er zeigt sich als Vater oder als Sohn, aber es ist die gleiche Person. Aber das ist nicht wahr. Jesus sagte sehr viel, dass er nicht sich selbst geschickt hat und er tat nicht sein eigenes Wollen, sondern den Wollen von... Ja, den Willen des Vaters tat, ja. Genau. Alles getan, was der Vater von ihm wollte. Und es gibt auch eine falsche Lehre auf der anderen Seite, die sagt, dass Jesus eine Schöpfung ist. Eine Schöpfung von Gott oder dass er nicht eigentlich Gott ist oder dass er nicht ewig ist oder dass er wurde Gott. Das ist das, was die Zeugen Jehovas lernen, nicht wahr? Genau. Gott existiert ewig als diese drei. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und der wichtigste Vers zu dem Thema ist wahrscheinlich 1. Johannes 5, Vers 7, wo es heißt, denn drei sind das die Zeugungsablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch, für euch alle, wenn wir euch erweinen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Aussagen in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Und in diesem Vers spricht vom Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe. Wenn wir wirklich die Liebe haben, werden wir für Gott arbeiten, werden wir werken, oder? Ja, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, sagt Jesus. Und ja, auch den Ungläubigen echte Liebe zu zeigen, bedeutet es ihnen zu sagen, ja, was sie tun müssen, um in den Himmel zu kommen, um in das Evangelium zu predigen. Und es gibt so viele Christen, die sprechen sehr viel von der Liebe Gottes und sie sagen, dass sie lieben Gott, aber sie evangelisieren nicht. Sie predigen das Evangelium nicht. Wie viel können sie wirklich Gott lieben, wenn sie fast nichts für ihn tun? Ja. Vielleicht setzen sie sich hin in eine Gemeinde einmal und die Woche, das ist nicht eine große Arbeit für Gott. Ja, und ich denke, dass es eher Selbstliebe ist, weil, was weiß ich, sie gehen in eine Hillsong-Gemeinde und fühlen sich mit der Liebe Gottes erfüllt. Aber eigentlich ist es einfach nur eine fleischliche Erfahrung, eben durch die laute Musik, durch, ja, einfach dadurch, dass es eben weltlich gestaltet ist. Es hat nichts mit echter Liebe zu tun, anderen Gottes zu tun. Und ihr spricht in diesem Vers von Werk im Glauben und eurer Bemühungen in der Liebe. Und viele Leute sprechen von diesem Thema, dass das Glaube wir zu Werke führen. Aber, und das stimmt, dass unsere Gnade leitet uns zu arbeiten für Gott. Ja, oder die Gnade groß nimmt uns in Zucht. Aber auch, auch die Liebe macht dasselbe. Wenn wir echte Liebe haben, werden wir etwas für Gott tun wollen. Richtig, ja. Und wenn wir die verlorene Seele lieben, werden wir zu ihnen das Evangelium predigen wollen. Aber es ist natürlich schwierig, es ist nicht einfach. Es kommt nicht automatisch. Weil Liebe eben bedeutet, anderen Gutes zu tun. Es ist nicht auf sich selbst bezogen. Ja, genau. Und Vers 4, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Und er spricht zu den Thessalonischen. Und sie sind nicht Juden. Aber viele Leute, sie glauben, dass wenn die Bibel spricht, spricht von dem auserwählten Volk Gottes. Sie glauben, dass das auserwählte Volk Israel ist. Der moderne Nation des Israels. Richtig. Und dass es Israel gibt und die Gemeinde. Dass es irgendwie so eine Trennung gibt. Aber die Bibel sagt, dass die Trennung aufgehoben wurde. Dass wir ein Leib geworden sind, wenn wir an Jesus glauben. Es gibt keine Trennung zwischen dem echten Israel und der Gemeinde. Es gibt eine große Trennung zwischen dem Ersatz Israel und der Gemeinde. Weil die Gemeinde geht, die echten Christen, die Leute, die gerettet sind, sie gehen in den Himmel. Und dieser Ersatz Israel geht in die Hülle. Weil sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie glauben nicht, dass er der Christus ist. Amen, ja. Und hier sagt er zu diesen Leuten, die sind nicht Juden. Und er sagt zu ihnen, eure Auserwählung. Wir wissen ja um eure Auserwählung. Ja, also wir als Heidenchristen, als Christen aus den Heiden, wir sind eigentlich das Auserwählte Volk Gottes. Weil Jesus ja auch gesagt hat, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und ein Volk gegeben werden, das in Früchte bringt. Und wir sind eben das neue Auserwählte Volk. Ja, und die Jüden können das Auserwählte Volk werden, wenn sie an Jesus glauben. Ja. Aber wenn nicht, der Zorn Gottes ist auf. Leid auf ihn. Ja, genau. Vers 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen. So, wir sehen, dass die Auserwählung hat mit dem Evangelium zu tun. Mhm. Das ist gut, ja. Ja. Wir wissen um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewässheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Das heißt, dass wenn man das Evangelium erhaltet, wenn er das Evangelium glaubt, dann wird er ausgewählt. Richtig, ja. Also Auserwählung hat im Grunde genommen nur was damit zu tun, glaube ich an Jesus oder nicht. Mhm. Und Gott weiß natürlich, wer gerettet werden wird, wer nicht. Letzten Endes hängt es eben von uns ab, ob wir an Jesus glauben wollen oder nicht. Wer da will, der nimmt es was des Lebens umsonst. Mhm. Vers 6. Ja. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. So, Bedrängnis. Und du weißt etwas von Bedrängnis, oder? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber wirst du ein bisschen darüber reden? Ja, wir können spontan darüber reden. Ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet. Aber, ja, Deutschland sollte man meinen, ist ein relativ christliches Land. Da gibt es kein Bedrängnis. Aber ich habe eine Predigt gepredigt gegen die Sodomiter. Unter anderem. Es gab noch andere Themen in der Predigt. Und was war die Folge davon? Ich wurde beim Arbeitgeber angeschwärzt. Es wurden mindestens drei Artikel über mich veröffentlicht. Und letzten Endes Anzeige wegen Volksverhetzung und noch irgendeine andere Anzeige. Die Polizei ist mein Haus gekommen, hat mein Computer weggenommen, mein Telefon weggenommen. Um 6.30 Uhr haben sie mich aufgeweckt. Das ist verrückt. Alles nur, weil ich die Bibel gepredigt habe. Durchgeknallt. Aber die Bibel sagt, dass wenn man das Wort Gottes predigt, wird sowas passieren, oder? Ja. Soll das eine Überraschung sein, dass Leute wudend werden, wenn das Wort Gottes klar gepredigt wird? Das ist überhaupt keine Überraschung, weißt du was? Für mich war es eigentlich ein Segen, würde ich jetzt sagen. Und eine Bestätigung, dass ich definitiv auf dem richtigen Weg bin. Auch wenn andere sagen, dass ich nicht bin. Aber ich weiß es aufgrund der Bibel. Und wir sehen hier eben auch, es scheint widersprüchlich zu sein, aber Bedrängnis und Freude gehen Hand in Hand. Wenn wir als Christen Bedrängnis haben um der Gerechtigkeit willen, Verfolgung haben um der Gerechtigkeit willen, das ist eine Freude. Und in Vers 1, am Anfang dieses Kapitels, sagt Paulus und Silvanus und Timotheus. Und Silvanus ist Silas. Oh ja. Wie sagt man auf Deutsch? Silas? Silas ist richtig, ja. Silas und Silvanus sind dieselbe Person. Und Paulus und Silas waren im Gefängnis und sie sangen zu Gott. Sie haben viele Freude gehabt. Richtig. Obwohl sie sind geschlagen geworden und ins Gefängnis geworfen sind. Und dann kommt der Gefängniswärter und fragt ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und was war die Antwort? Glaub an Jesus Christus und wirst du gerettet werden, du in deinem Haus. Und was sehen wir dabei? Durch diese Verfolgung wurde jemand gerettet. Amen. Und wenn diese Verfolgung kommt, sehr oft, viele Leute, sie sehen das und es kriegt ihre Aufmerksamkeit. Ja. Mediale Aufmerksamkeit. Leute hören davon. Oder war bestimmt bei dir auch so. Leute haben gehört, was ich... Und wenn eine Person davon gerettet wird, ist das alles wert? Absolut, ja. Das ist wert. Genau. Ja. Und wir werden eben Vorbilder, wenn wir Bedrängnis oder Trubsal, wäre vielleicht ein anderes Wort, ertragen, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Acharya. Und ein Vorbild zu sein, muss man öffentlich sein mit seiner Glaube. Man kann nicht sein Glaube verstecken und zur gleichen Zeit ein Vorbild sein. Und viele Leute, sie glauben an den Herrn Jesus Christus und vielleicht hören sie Predigt dazu oder sie lesen die Bibel, aber sie sprechen zu niemandem über was sie glauben und was die Bibel sagt. Und sie sind keine Vorbilder. Es ist gut, dass sie gerechnet sind, dass sie die Bibel glauben, aber das hilft niemandem anderes. Richtig. Niemandem ist damit geholfen. Und das ist auch gerade in Deutschland eine verbreitete Meinung. Glaube ist Privatsache. Religion ist Privatsache. Aber ich würde sagen, nein, es ist keine Privatsache. Überhaupt nicht. Ja, und auch in Deutschland habe ich viel gehört, dass Religion ist für alte Leute. Ich predigte das Evangelium zu meinem Schwiegerbruder. Spargel. Oh ja. Spargel. Und er hat mir gesagt, ja, das ist gut, das gefällt mir, aber ich bin zu jung dafür. Und wenn ich alter werde, dann werde ich Gott suchen. Aber jetzt bin ich zu jung dafür und ich bin in einer anderen Zeit von meinem Leben. Ja, ja. Hast du das auch gehört? Das ist eine vorherrschende Meinung, denke ich. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich immer mit Realität übereinstimmt. Weil die meisten Leute, die wir retten beim Seelengewinnen in Deutschland, sind alles junge Leute. Gerade die alten Leute, die wollen überhaupt nicht zuhören meistens. Und in Ostdeutschland habe ich sogar erlebt, dass manche alte Leute meinten, nee, ich habe kein Interesse, ich bin DDR-Bürger. Sie sehen sich immer noch als DDR-Bürger. Das ist ihre Religion. Ja. Das ist verrückt. So, die jungen Leute in Deutschland sind empfänglicher. Absolut, ja. Als die alten Leute. So, es ist Blödsinn zu sagen, oh, wenn ich älter werde, dann werde ich Gott suchen. Weil die alten Leute suchen nicht Gott mehr. Ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Vor allem nicht die Erlösung sollte man auf morgen verschieben. Und vielleicht hat er das gedacht, weil er sieht einfach, dass all diese alten Leute gehen in die katholische Kirche jeden Tag für die Messe jeden Morgen oder sowas. Aber das ist ein Portal zur Hölle. Das ist nicht eine christliche Gemeinde. Oh ja. Die katholische Kirche ist Abgöterei. Ist das das Wort auf Deutsch? Abgöterei oder Götzendienst. Götzendienst, Abgöterei. Weil es ist Paganismus. Richtig. Heidentum. Und es gibt so viel in der katholischen Kirche, die gar nicht in der Bibel steht. Ja, und dann kann ich es aber auch verstehen, wie Atheisten abgeschreckt sind. Weil wir sehen eben die katholische Kirche, damit will ich nichts zu tun haben. Aber ich würde als Christ eben auch sagen, hey, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist kein Christentum. Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaja, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Darauf sind wir schon ein bisschen eingegangen, nicht wahr? Dass sie eben Vorbild waren. Überall wurde von ihnen berichtet. Überall hat man von ihnen gehört. Well, you know, nicht sehr viele Leute dienen Gott mit ganzem Herzen. Und wenn jemand das macht, andere Leute sehen das. Das ist schwer zu verstecken, wenn man sehr eifrig für den Herrn ist, werden Leute das merken. Ja, und man kann versuchen, als Christ, der wirklich für Gott leben will, sich zu verstecken. Aber es wird nicht funktionieren. Die Kollegen auf Arbeit werden das irgendwann mitbekommen. Und manchmal hatte ich auch so Situationen, wo ich mir dachte, ja, irgendwie ein bisschen verstecken. Aber es funktioniert nicht. Es ist sinnlos. Wozu? Und die Feinde des Evangeliums, sie sprechen sehr laut, oder? Oh ja. Sie sind nicht leise. Sie verstecken ihre Blasphemie und ihre Sünde. Sie verstecken das nicht. Sie sind stolz darauf. Ja, und sie sind viel mutiger als Christen. Und das ist traurig. Und wenn wir uns irgendwie verstecken wollen, hängt es ja nur damit zusammen, dass wir Angst haben, dass wir irgendwie gerichtet werden von anderen oder so. Meine Güte. Wo ist das Problem? Ja. Es ist alles wert. Gerichte uns. Ja. Das Leben ist kurz und wir sind hier, Gott zu dienen. Das ist, warum wir existieren. Ja. Und wir sollen nicht unser Leben verschwinden, weil wir sorgen uns darüber, was andere Leute von uns denken. Wir sollen denken mehr an, was Gott von uns denkt. Vor allem, wenn andere Leute gerettet werden können. Genau. Sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Das heißt nicht mehr katholisch sein, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Diese Leute haben sich bekehrt von Götzen zu dem lebendigen Gott. Sie haben Buße getan von falscher Religion zu richtiger Religion. Und viele Leute verstehen, die Buße tun falsch, oder? Ja. Sie haben eine katholische Vorstellung, dass es irgendwie heißt, zum Priester zu gehen, seine Sünden zu bekennen oder irgendwie sein Leben zu ändern. Tue Buße im Sinne von höher drauf zu rauchen, höher drauf zu trinken. Dann kannst du in den Himmel kommen. Aber in Jonah 3 Vers 10 heißt es ja, und Gott sagt ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Also Gott sagt eben, dass es Werke sind, wenn wir von Sünden umkehren. Also Buße tun hat nichts mit Sünden automatisch zu tun. Ja, und alle Leute wissen, dass es viel Arbeit ist, von all deinen Sünden sich zu bekehren, oder? Ja. Das ist nicht einfach, das ist nicht leicht. Ja, und wenn wir das tun müssen, um gerettet zu werden, von wie vielen Sünden muss ich dann umkehren? Niemand hat sich von allen seiner Sünden umgekehrt, oder? Richtig, ja. Das ist unmöglich für uns als Männer, weil wir werden nie vollkommen sein. Das ist leider so, ja. Es ist nicht möglich für sündliche Leute, alle die Gebote des Bibels vollkommen zu machen, oder? Ja, aber was wir hier eben sehen, ist eine Definition von Buße tun. Wird eben im Kontext definiert, was damit hier gemeint ist, beziehungsweise von diesem Bekehren, Umkehren. Wird eben Buße tun von falschen Göttern zum richtigen Gott. Also ich lasse meine falschen Götter, ich lasse meine Götze und kehre um zum wahren Gott. Und in dieser Schlachterbibel, die wir lesen, in Markus Kapitel 1, Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und in den Notizen, an der gleichen Seite hier, das heißt, kehrt von Herzen um zu Gott. Aber viele Leute, sie glauben, dass Buße tun heißt, in die katholische Kirche zu gehen und mit dem Priester zu reden. Das zum Beispiel, aber was ich in dem Kontext von dem Vers auch gehört habe, ist, ja siehst du, Glaube geht ja damit einher, sein Leben zu ändern. Und sie lesen das da einfach rein. Ja, aber er sagt einfach, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Genau. Diese Leute glauben nicht an das Evangelium. Er sagt zu ihnen, dass etwas enden muss, etwas wechseln muss, dass sie, sie müssen Buße tun, sie müssen sich bekehren, umkehren, sich umkehren. Bekehren, umkehren von ihren Sünden, ja. Also nicht von ihren Sünden. Was sagst du? Von ihren Fehlern an das Glaube, oder? Ja, sie haben nicht geglaubt, jetzt kehrt um und glaubt an das, was ihr vorher nicht geglaubt habt, an das Evangelium. Und wenn man bedenkt, dass Jesus hier natürlich hauptsächlich zu Juden gepredigt hat, das war das Volk, das eigentlich mal an den richtigen Gott geglaubt hat. Aber sie haben nicht mehr geglaubt. Deswegen für sie war es besonders wichtig, eben umzukehren, weil sie eben umgekehrt sind zu dem Gott, an dem das Volk eigentlich schon geglaubt hat. Und das ist wichtig zu verstehen, weil Leute, die zum Beispiel Hindus sind, sie können nicht Hindus und Christen zur gleichen Zeit sein. Man kann nicht ein Hindu und ein Christ sein, man muss wählen. Und manchmal, die Hindus, sie glauben an so viele Götter schon, sie glauben, dass sie einfach eins addieren können. Sie sind Hindus und auch glauben sie an Jesus, das ist nicht möglich, weil man muss Buße tun, man muss sich umkehren von Götzen zu dem lebendigen Gott. Und nicht diese Taube-Abgötter, oder? Genau. Und was ich auch sagen würde, viele Leute sagen, okay, es gibt doch nur einen Gott. Und das ist an sich richtig. Aber was sie darunter verstehen ist, ja, der Gott, an den die Moslems glauben, das ist auch derselbe Gott. Aber hier sehen wir eben, dass es den lebendigen Gott gibt. Es ist ein bisschen umkehren von den eigentlich toten Göttern, von denen, die einfach nur Stein sind, die Holz sind, was auch immer. Umkehren zum lebendigen Gott. Im Alten Testament, alle die Nationen haben ihre falschen Götter gehabt. Und hunderte Mal sagt Gott, dass diese Götter sind schlecht und sie sind Teufel und man sollte sie nicht nachfolgen. Und der echte Gott ist der Gott Israels, der Gott Abrahams, der Gott Israels. So, diese Leute, die sagen, oh, wir glauben alle an den selben Gott. Das stimmt nicht. Das ist nicht in der Bibel. Die Bibel sagt das Gegenteil. Wenn Leute glauben an das Evangelium, sie bekehren um von den falschen Göttern. Und glauben jetzt eben an den lebendigen Gott. Glauben jetzt an den lebendigen und wahren Gott. Und wenn es einen wahrer Gott gibt, das heißt, dass es einen falschen Gott auch gibt, oder? Und wenn es nur eine Evangelium gibt, dann gibt es eben auch falsche Evangelien. Wenn es nur eine Wahrheit gibt, dann ist alles andere eben Lüge. Und um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und hier, er spricht von dem zukünftigen Zorn. Und das heißt wirklich zwei Sachen. Eins, alle Leute, die nicht gerettet sind, gehen in die Hölle. Und das ist ein Zorn. Der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Der bleibt auf ihnen jetzt, aber in der Zukunft werden sie den Zorn Gottes erfahren. Ja, du meinst die Hölle. Genau. Sie werden es, vielleicht jetzt wissen sie gar nicht, dass der Zorn Gottes bleibt auf ihnen. Aber sie werden es wissen, wenn sie brennen, literal brennen in der Hölle. Und es gibt auch die Endzeit, wo der Zorn Gottes wird sehr offenbar sein. Ja, und im Thessalonischer Brief geht es dann ja auch später noch viel mehr um die Endzeit. Das ist eigentlich ein guter Vers als Einleitung für ein neues Thema. Jesus errettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Warum? Wir werden nach der Trübsal entrückt, aber eben vor dem Zorn Gottes. Er bewahrt uns eben vor dem Zorn, der nur auf die Gottlosen ausgegossen wird. Nicht auf uns, weil wir werden entrückt, aber nach der Trübsal. Und das ist nicht der Zorn Gottes. Ja, und wir werden nicht entrückt vor dem Trübsal, weil dieser Kapitel selbst spricht von Bedrängnis und Trübsal, die wir leiden müssen. Wir sind dazu bestimmt, Trübsal zu erleiden in diesem Leben. Das ist einfach die Realität. Aber hey, wir können Freude haben durch den Heiligen Geist. Und etwas auch Interessantes im Vers 10 ist, dass schon wieder wir haben den Vater und seinen Sohn und dass der Vater den Sohn aus den Toten aufgeweckt hat. Ja. So, er hat es nicht allein gemacht. Jesus ist gestorben und er ist gegraben worden und er ist auferstanden, aber er hat es nicht selber gemacht. Sondern es waren eigentlich alle daran beteiligt. Und du hast mir vorher den Vers zitiert, wo Jesus sagt, ich habe Vollmacht mein Leben zu lassen und Vollmacht es wieder zu nehmen. Aber hier sehen wir eben auch, dass der Vater den Sohn aus den Toten ausgeweckt hat. Und das ist Römer Kapitel 8, wo es ja heißt, dass derselbe Geist, den Jesus aus den Toten aufgeweckt hat, wenn der in euch wohnt, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch denselben Geist. Da sind alle drei Personen involviert. Und etwas anderes ist wichtig zu verstehen, dass die Auferstehung Jesu ist ein körperliches Auferstehen. Viele Leute sagen, dass es nur ein geistliches Auferstehen war. Aber nachdem er auferstanden ist, hat er gegessen mit den Jungen. Er hat getrunken mit ihnen. Sie haben ihn angefassen. Und er hat ihnen gezeigt, die Löcher in seiner Hand. Und die Wunden in seiner Seite. Genau. Und in Johannes Evangelium Kapitel 2, die Bibel sagt in Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Und in Vers 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Seines Leibes. Seines Leibes. Das ist eine körperliche Auferstehung. Stimmt, ja. Er hat es gemacht. Der Vater hat es gemacht. Der Heilige Geist hat es gemacht. Und das ist, warum wir Leute taufen. Wir taufen Leute im Namen des Vaters und des Sohns und der Heiligen Geistes. Weil sie alle drei waren involviert mit der Auferstehung, oder? Genau. So, Vers 1 ist ein guter Vers für die Dreieinigkeit. Und schon wieder in Vers 10, am Ende des Kapitels, sehen wir die Wahrheit von der Dreieinigkeit. Ja. Und das ist halt eine super wichtige Lehre, was so viele angebliche Christen nicht glauben. Und unser Gott ist nicht derselbe Gott als der Gott von den Muslimen. Weil ihr Gott ist nicht die Dreieinigkeit. Ja. Er ist nur eine Person. Sie sagen auch wirklich, Gott hat keinen Sohn. Ja, natürlich. Und die Bibel sagt, dass du musst an den Sohn glauben gerettet zu werden. Nicht einfach an Gott glauben, sondern an den Sohn glauben gerettet zu werden. Das ist alles für dieses Kapitel. Ja. Wir werden Kapitel 2 nächstes Mal machen, oder? Nächstes Mal Kapitel 2. Wirklich viele super grundlegende Lehren kommen in dem Thessalonicherbrief vor. Und deswegen wollen wir das einfach Schritt für Schritt durchgehen, Vers für Vers. Und ja. Bis dann. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis dann. Gottes Segen.